Die Offensiven der Russen sind taktisch gescheitert. Selbst erfolgreich in Bachmut oder Adika, wie viel haben die da verloren? Die Ukrainer haben auch verloren, aber manchmal ist der Verhältnis zwischen ukrainischen Verlusten und russischen Verlusten 1 zu 10. Also die Russen werden es auch, ich meine, wenn man denkt, wie viele, es gibt enge Berichterstattung. Aber Sie sagen, das ist nicht korrekt. Ich kann auch nur lachen, entschuldigen Sie. Aber Sie kennen...